Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 15. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021, Drucksache 20-4214 zu Drucksache 20-3978. Berichterstatter ist der Kollege Wolfgang Decker. Ich darf zunächst dem Kollegen Decker, dem Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Gesetzentwurf der Landesregierung Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021, Haushaltsgesetz 2021, Drucksache 20-3978, vortragen. Der Haushaltsausschuss empfiehlt den Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. Die Empfehlung ist ergangen mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Des Weiteren empfiehlt der Haushaltsausschuss, dem Plenum zu den Einzelplänen folgende Beschlüsse zu fassen. Diese Empfehlung zu den Einzelplänen finden Sie in der Ihnen vorliegenden Drucksache. Vielen Dank, lieber Kollege Decker. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Generaldebatte heute abzuhalten und die Beratung der anderen Einzelpläne am morgigen Mittwoch vorzunehmen. Wir werden die Einzelpläne vereinbarungsgemäß am Mittwochabend abstimmen. Es gibt die Anlage zum Tagesordnungspunkt 15. Da können Sie entnehmen, dass sich die Fraktionen im Ältestenrat auf eine Redezeit von 30 Minuten je Fraktion für den Einzelplan 02 und insgesamt 80 Minuten für die Einzelpläne 01 und 03 bis 15, ohne Begrenzung der Redezeit für die einzelnen Rednerinnen oder für die einzelnen Redner bei der Aussprache über den jeweiligen Einzelplan verständigt haben. Jedem fraktionslosen Abgeordneten stehen insgesamt vier Minuten Redezeit für alle Einzelpläne zu. Im Ältestenrat haben wir vereinbart, dass beim Einzelplan 02 Kurzinterventionen auf die Redezeit angerechnet werden. Es gibt eine Rednerreihenfolge, die wir festgelegt haben. Es fängt an die Fraktion der Sozialdemokraten. Danach spricht Herr Ministerpräsident Bouffier. Es folgen dann die Fraktionen der AfD, Bündnis 90 die GRÜNEN, die Freien Demokraten, die Fraktion DIE LINKE, die CDU, insofern das gewünscht ist, die fraktionslosen Abgeordneten. Jetzt rufe ich vereinbarungsgemäß den Einzelplan 02 hessischer Ministerpräsident auf. Ich darf der Vorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten, der Kollegin Nancy Faeser, das Wort erteilen. Bitte schön, Frau Kollegin Faeser. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Alles ist Zahl. Das mag nicht der berühmteste Satz von Pythagoras sein. Dafür gilt er 2.500 Jahre, nachdem er gesagt wurde, mehr denn je. Wir starren auf Fallzahlen, Erdzahlen, sieben Tage Inzidenzen und versuchen, einer Welt, die aus den Fugen geraten scheint, Ordnung zu geben. Zahlen bieten Orientierung, versprechen Objektivität, und sie mahnen in diesen Zeiten zum Handeln. Sie informieren Entscheidungen. Sie können uns schwere Entscheidungen aber nicht abnehmen. Sie ersetzen schon gar nicht die Frage, was richtig und falsch ist. Diese Entscheidung müssen wir selbst treffen, nach bestem Wissen und Gewissen und der Verantwortung für die Menschen, die wir in diesem Hohen Haus vertreten. Diese Menschen haben in der Krise bewiesen, was Hessen ausmacht. Sie kümmern sich umeinander, sie bringen Opfer, um Leben zu schützen, sie halten den Laden am Laufen. Deshalb möchte ich zu Beginn all jenen danken, die an der Front dieser Epidemie im Gesundheitswesen kämpfen, in den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. Ich will eines ganz deutlich sagen. Sie verdienen nicht nur unseren Applaus, sie verdienen unseren Respekt, und sie verdienen vor allem anständige Löhne. Meine Damen und Herren, das gilt aber auch für alle anderen Heldinnen und Helden des Alltags, für die Verkäuferinnen bei Rewe, Aldi oder Rossmann. Die Arbeiten müssen ganz egal, wie hoch die Inzidenzzahlen sind, die Erzieherinnen und Erzieher, die das schnupfende Kind trotz Corona auf den Schoß nehmen, um es zu trösten, oder die Lehrerinnen und Lehrer, die unter schwierigsten Bedingungen gerade einen hervorragenden Job machen. Ich denke, ich spreche für alle hier im ganzen Haus, wenn ich all diesen Menschen unseren großen Dank ausspreche. Meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, dass diese Menschen sich genau wie wir alle, dass die greifbar scheinenden Impfungen am Lichte am Tunnel verheißen. Es liegt noch ein hartes Stück des Weges vor uns, aber wir haben auch schon ein großes Stück des Weges geschafft. Genau das hat mich in der gesamten Krise sehr beeindruckt. Die Hessinnen und Hessen bleiben trotz aller Einschränkungen, trotz des Verzichts, trotz großer Opfer immer solidarisch. Wir können stolz sein auf diesen Gemeinsinn sein. Wir können stolz sein auf unser Land, meine Damen und Herren. Und das, obwohl das Jahr auch unabhängig von Corona sehr traumatische Erlebnisse zu verkraften hatte. Ich will ein paar davon nennen. Am 28.03. hat sich unser Finanzminister Dr. Thomas Schäfer das Leben genommen. Wir haben die Auswirkungen an dem furchtbaren Mord an unserem ehemaligen Kollegen Walter Lübcke in der Aufarbeitung zu bearbeiten. Lassen Sie mich wegen der Aktualität der Amokfahrt in Trier an die Opfer der Amokfahrt in Volkmaßen am 24.02. diesen Jahres erinnern, bei dem über 150 Menschen zum Teil sehr schwer verletzt wurden, meine Damen und Herren. Darunter sehr viele Kinder. Unvergessen und aktueller denn je, der furchtbare Terroranschlag von zehn Menschen in Hanau am 19. Februar dieses Jahres. Und ich erinnere an dieser Stelle an die Opfer, an Ferhat Unvar, an Mercedes Kirpac, an Sedat Gürbus, an Gökhan Gültekin, an Ahamsa Kurtovic, an Kalöwan Velkov, an Willi Viorel-Paun, an Said Nezah Hashemi, an Fahid Zahra Joglu. All diese traumatischen Erlebnisse und die Pandemie hat Hessen im letzten Jahr zu bewältigen. Mein Dank gilt all denjenigen, die bis heute an der Seite all dieser Opfer stehen und noch vieles zu verkraften haben. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe – Alles ist Zahl. Das beschreibt auch, was ein Haushalt über die Politik einer Regierung aussagt. Nicht die bunten Broschüren aus dem Hause Al-Wazir, nicht die salbungsvollen Worte von Herrn Bouffier Ihr verraten, aus welchem Holz Schwarz-Grün geschnitzt ist, das können nur die nüchternen Zahlen. Oder anders gesagt, zeig mir deinen Haushalt, dann sage ich dir, wer du bist. Dieser Haushalt verrät vieles über die Landesregierung, nämlich vor allen Dingen das eine. Diese Landesregierung hat ihren Zenit längst überschritten, meine Damen und Herren. Während manche auf Bundesebene Schwarz-Grün noch immer für eine spannende Innovation halten, ist diese Koalition in Hessen längst ein Auslaufmodell. Der Lack ist ab, meine Damen und Herren. Da mag Robert Habeck noch so viel heiße Luft produzieren und Markus Söder plötzlich den Ökoaktivisten in sich entdecken, in der politischen Praxis in den Ländern darf diese Konstellation getrost als gescheitert gesehen werden. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, denn die Corona-Pandemie hat nicht nur wie unter einem Brennglas die sozialen Probleme und Missstände offengelegt, nein, sie hat auch gezeigt, wer was kann, und im Falle dieser Landesregierung vor allem, wer was nicht kann. Meine Damen und Herren, diese Krise ist ein Charaktertest, und Schwarz-Grün hat ihn nicht bestanden. Jens Spahn hat zu Beginn der Krise gesagt, dass wir uns alle nach ihrem Ende viel werden verzeihen müssen. Ich fand, das war ein überraschend kluger Satz von Jens Spahn. Für mich kann ich sagen, ich kann vieles verzeihen, z. B. dass in solcher Krise manches hakt und auch nicht sofort klappt. Einiges werde ich dieser Landesregierung und den sie tragenden Fraktionen aber sicher nicht vergessen. Z. B. dass sie mitten in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg die Rechte dieses Parlaments beim Schattenhaushalt vorsätzlich mit Füßen getreten hat, meine Damen und Herren. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, und vereinzelt CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, dass sie lieber die Verfassung gebrochen haben, als sich mit dem Parlament zu verständigen. Wenn wir eines Tages diese Krise ex post betrachten, wird offenbar werden, dass Schwarz-Grün damit dem parlamentarischen Miteinander schweren Schaden zugefügt hat, meine Damen und Herren. Dieser Schaden für den Parlamentarismus war vermeidbar. Unsere Hand war von Anfang an ausgestreckt, weil wir den Menschen durch diese Krise helfen wollten. Sie haben sie ausgeschlagen, weil sie eigene Pläne hatten. Wir haben mit einem Nachtragshaushalt eine Alternative auf den Tisch gelegt, die sie nicht einmal ernsthaft geprüft haben. Es ging beim Schattenhaushalt nie um Hilfen in der Krise. Das beweist sich jetzt in der Praxis. Es ging Schwarz-Grün von Beginn an um den Plan, was sie mit der Landtagswahl 2023 ein milliardenschweres Wahlkampfbudget haben, meine Damen und Herren. Das ist schäbig, das bleibt schäbig, und das zeigt, dass, wer eine solche Krise für diese Zwecke missbraucht, es nicht geeignet, ein Land zu regieren, meine Damen und Herren. Ich werfe der Landesregierung nicht vor, dass sie zu Beginn der Krise keinen Masterplan hatte. Ich werfe ihr nicht einmal vor, dass sie jetzt keinen Masterplan entwickelt hat. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wer in dieser Landesregierung einen solchen Masterplan entwickeln sollte. Es ist mir aber unerklärlich, wie eine Landesregierung auch nach neun Monaten der Krise so planlos agieren kann. Wir können dabei jeden Politikbereich einzeln durchgehen. Das Bild bleibt gleich. Beginnen wir mit den Schulen. Kultusminister Lorz hat schwach angefangen und stark nachgelassen. Es hat nichts geholfen, dass Hessens Schulen bei der Digitalisierung ohnehin schon Jahre hinterher hielten. Die Vorbereitung nach den Sommerferien ist mangelhaft. Die Vorbereitung nach den Herbstferien ist ungenügend. Die Bereitschaft, pragmatische Wege zu gehen, ist nicht vorhanden, meine Damen und Herren. Wie verbohrt muss man eigentlich sein, um den Vorschlag des Wechselmodells ab Klasse 7 abzulehnen, nur weil er von der Opposition kommt? Sie hören nicht auf alle, die das jetzt im Moment fordern. Es mag Sie überraschen, Herr Lorz, aber Pragmatismus ist kein Schimpfwort. Es ist in der Krise das Gebot der Stunde. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Warum entlasten Sie in der Krise nicht die Schülerinnen und Schüler von dem Druck, der momentan mit den Klausuren herrscht? Warum entschlacken Sie nicht den Lehrplan? Warum geben Sie nicht jetzt schon Perspektive, dass zentrale Abschlussprüfungen nächstes Jahr nicht stattfinden müssen? Bitte tun Sie etwas im Sinne der Kinder in Hessen, damit sie entlastet werden. Das Einzige, was Sie im Bildungsbereich geschafft haben, ist, alle gegen sich aufzubringen. Eltern, Lehrer, Schüler, bei allen steht Ihr Name für das Versagen der Landesregierung in der Krise. Ihr Kabinettskollege Klose hat dagegen immerhin einen Erfolg vorzuweisen. Er hat es als Nebendarsteller beim Fahrstuhlgate immerhin auf das Pressefotos des Jahres geschafft. Es dürfte einer der wenigen Erfolge bleiben, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Denn auch hier dasselbe Bild beim Thema Teststrategie versagt, die Heime lange ihrem Schicksal überlassen, die Kliniken alleine gelassen und bei der Impfstrategie so spät dran, dass man sich in den anderen Ländern gefragt hat, wo Hessen eigentlich bleibt. Das ist nur die Bilanz als Gesundheitsminister. Ich erinnere mich daran, wie viele Eltern mit Schrecken an das Chaos, das Herr Klose im Frühjahr und Sommer an den Kitas angerichtet hat. Es ist kein Wunder, dass die Verzweiflung von Eltern in der Krise mittlerweile in der Maßeinheit Klose gemessen wurde. Wie gesagt, die Krise ist sehr komplex. Das gestehe ich allen zu. Doch es ist schlichtweg auch eine Frage der Kompetenz, Szenarien zu entwickeln und auf vorhersehbare Entwicklungen zu reagieren, meine Damen und Herren. Das war weder bei Minister Lorz noch bei Minister Klose der Fall. Sie wurden in der Krise gewogen und als zu leicht gefunden. Diese Krise hat so manchen entzaubert, der sich selbst als Schwergewicht empfunden hat. Wenig bräuchte unser Land in dieser Zeit mehr als einen starken, engagierten und kompetenten Wirtschaftsminister. Denn mehr als jedes dritte Unternehmen hat 2020 einen Rückgang des Gesamtumsatzes von mehr als 25 % zu verkraften. 42 % der Betriebe in Hessen nehmen staatliche Hilfe in Anspruch, vor allem Kurzarbeitergeld, und haben Novemberhilfe beantragt. Aber immerhin gibt es gegenüber dem Juni ein Abnehmen der Unterstützungsleistung, was Hoffnung macht. Aber jedes vierte Unternehmen in Hessen plant mit Stellenabbau und im Gastgewerbe sogar mehr als sieben von zehn Betrieben. Was dramatisch ist, denn für diese Form von Job gibt es kaum einen Ersatz. Der größte Arbeitgeber Hessens, die Deutsche Lufthansa, wird fast 30.000 Stellen abbauen. Insgesamt ist die Lage am Frankfurter Flughafen dramatisch. Die Lage ist bei den Schaustellern der Veranstaltungsbranche und den Soloselbstständigen ebenso dramatisch. Sie warten mitunter seit Monaten auf Unterstützung, und das, obwohl sie unser Land zweifelsohne sehr bereichern. Die gesamte Gastronomie steht vor dem Kollaps. Leider hat das Land nur Tarek Al-Wazir. Einen Wirtschaftsminister, der sich nicht für Wirtschaftspolitik interessiert, und einem Ministerpräsidenten, der sich kaum einmischt. Immerhin verlassen Sie sich nur auf den Bund. Andere Bundesländer haben eigene Hilfsprogramme für die genannten Gruppen. Warum machen Sie keine eigenen Hilfsprogramme für diese Gruppen, und wenn es nur für den Übergang wäre, meine Damen und Herren? Aber Herr Al-Wazir interessiert sich vor allen Dingen für Radwege, die im Bau ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Er kümmert sich aber nicht darum, ob die Menschen in Hessen nach dieser Krise noch einen Job haben, ob bei Conti, bei Opel, bei Daimler, bei Lufthansa, bei Fraport. Sie lassen die Beschäftigten, die um ihre Jobs kämpfen, im Stich. Das ist eine Schande für einen hessischen Wirtschaftsminister, meine Damen und Herren. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Es bräuchte jetzt eines besonderen Engagements bei den Auszubildenden und Berufsschülern, bei denen, die einen Praktikumsplatz suchen. Wir dürfen keine verlorene junge Generation produzieren. Für sie müsste es in dieser Zeit genau drei Prioritäten geben, meine Damen und Herren von der Landesregierung. Jobs, Jobs, Jobs. Wie sichere ich Jobs in der Krise? Wie schaffen wir neue Jobs nach der Krise? Die Prioritäten von Tarek Al-Wazir lauten ich, ich, ich. Deshalb führt er auch kein Wirtschaftsministerium, sondern eine Werbeagentur zur Vermarktung von Tarek Al-Wazir. Das wäre in normalen Zeiten schon ärgerlich. Aber es ist in der Krise eine Gefahr für den Wohlstand unseres Landes. Herr Ministerpräsident, Sie tun mir schon fast ein wenig leid, muss ich sagen. Wer so ein schwaches Team führt, hat es nicht leicht. Da ist Ihnen mein Mitgefühl sicher. Zugleich offenbart natürlich die Schwäche einer Mannschaft auch immer die Schwäche dessen, der sie führt. Da muss ich Sie schon fragen, ob Sie dieser Aufgabe noch gerecht werden, Herr Ministerpräsident. Wo waren Sie denn, als die erste Welle Hessen mit voller Wucht getroffen hat? Sie waren abgetaucht? Wo waren Sie denn, als die GRÜNEN mit dem neuen Finanzminister den Schattenhaushalt aufgezwungen haben? Sie haben zugesehen, wie der Schwanz mit dem Hund wedelt, mit dem Hund steht, meine Damen und Herren? Wo waren Sie denn, um einige Landesprogramme für die Schausteller, Soloselbstständige oder Veranstaltungsbranche auf den Weg zu bringen? Warum haben Sie nicht mehr Wert auf die Absicherung unserer Kunst- und Kulturbranche in Hessen gelegt? Ohne Kunst und Kultur wäre unser Leben sehr viel ärmer. Wieso schauen Sie nur zu, wenn Ihre Amtskollegen in NRW oder Bayern die Kinos gerettet werden? Wo waren Sie denn, als es um die Digitalisierungsstrategie während der Krise ging? Wo waren Sie denn, als es Zeit war, Hessen auf die vorhersehbare zweite Welle vorzubereiten? Sie haben sich mehr um die Frage Merz oder Laschet gekümmert, als um die Frage, wie Wechselmodell, ja oder nein. Noch immer befassen Sie sich mehr mit den Ränkespielen im CDU-Präsidium oder Ihrer Balgerei mit Ihrem Parteifreund Brinkhaus als mit den entscheidenden Fragen der Landespolitik. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD und DIE LINKE Im Dannenröder Forst eskaliert der Konflikt. Der hessische Innenminister ist eben neben der Tagesordnung, ohne die Möglichkeit zu geben, auch darüber zu diskutieren, in die Bütt gegangen und hat auch eine Stilfrage davon berichtet, dass heute der letzte Tag war. Die Polizei hat jetzt all die Wochen ihren Kopf für diese Landesregierung hingehalten. Anstatt zu führen, schweigt der Ministerpräsident, und das als ehemaliger Innenminister. Wo ist denn Ihre Position zum Dannenröder Forst, Herr Ministerpräsident? Herr Bouffier, mit Ihrer großen Erfahrung wissen Sie selbst am besten, dass diese Leistung nicht ausreicht, um Ihrer Rolle gerecht zu werden. In dieser Krise braucht es starke Führung, und ich bin dankbar, dass es diese Führung zumindest vor Ort in den Kommunen gibt. Ja, Herr Bellino. Denn im Kampf gegen das Corona-Virus sind Sie ganz entscheidend. Vor allen Dingen kommt es natürlich auf unsere Krankenhäuser an. Umso wichtiger ist es, Ihren Bestand und Ihre Liquidität in der Krise zu sichern. Starke Führung heißt auch, dass das Land die Kommunen dabei aber nicht alleine lassen darf. Jetzt gibt es ein Unterstützungsprogramm von 3 Milliarden € für die nächsten drei Jahre für die Kommunen insgesamt für alle Bereiche. Dass man nun bei der Beratung über den Haushalt 2021 auch über die nächsten drei Jahre reden muss, zeigt, dass der Schattenhaushalt eine Fehlkonstruktion ist. Ich hoffe, Sie merken es langsam einmal selbst. Der Kommunalpakt ist bei allem Lob auch laut Städte- und Gemeindebund nicht die Lösung aller Probleme. Und weil ich es schon fast hören kann, wie Sie sich selbst für den Kommunalpakt feiern werden, der Hessische Städtetag weist – Sie können das auf Seite 28 der Stellungnahmen der Anhörung im Haushaltsausschuss nachlesen –, dass die Finanzlage der Kommunen im bundesweiten Vergleich für Hessen miserabel ausfällt. Hessens Kommunen liegen mit ihrem generalen Finanzierungssaldo unter den 13 Flächenländern auf Platz 12, also auf dem vorletzten Platz, meine Damen und Herren. Sie kämpfen um den letzten Platz mit Schleswig-Holstein. Früher hieß es einmal Hessen vorn, heute kämpft Schwarz-Grün mit Jamaika um das Schlusslicht, meine Damen und Herren. Nur zur Erinnerung, in dieser Lage wollten Sie, Herr Ministerpräsident, die Entschuldung der Kommunen von Olaf Scholz nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, warum nicht, weil Sie die Kofinanzierung nicht wollten. Das ist der schwarz-grüne Umgang mit den Kommunen in Hessen, meine Damen und Herren. Ich habe es Ihnen gesagt. Am deutlichsten sind die Finanzierungsdefizite bei den Krankenhäusern. Die Pandemie verursacht neben den strukturellen Defiziten einen erheblichen Mehraufwand in der Krankenversorgung. Die Umstellung auf COVID-19-Patientinnen und Patienten und die vorsorgliche Bereitstellung von zusätzlichen Bettenkapazitäten setzen die kommunalen, aber auch die privaten Krankenhäuser unter Druck. Gleichzeitig sind Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Krankenhäuser erforderlich. Leider hat der Städtetag recht, wenn er darauf verweist, dass die künftige Planung der Landesregierung davon ausgeht, dass weiterhin die Kommunen über 80 % der Investitionskosten leisten sollen. Wir sind davon überzeugt. Das muss strukturell verändert werden, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Das meinen nicht nur wir, sondern auch ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Denn dazu sind Sie übrigens nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz verpflichtet. Da steht nämlich in § 4 darin, dass Sie für die Finanzierung der Investitionskosten zuständig sind. Dennoch finanzieren Sie nur 20 % der Kosten in Hessen. Sie stellen für die nächsten drei Jahre 160 Millionen € zur Verfügung, bei 12.000 Millionen € insgesamt in Ihrem Schattenhaushalt. Das sind gerade einmal 1,3 %. Das sind Ihnen die Krankenhäuser in der Pandemie wert. Müsste nicht in einer Pandemie das Gesundheitswesen und allen voran die Krankenhäuser oberste Priorität haben, meine Damen und Herren? Für uns hätten Sie das. Wir wollen deshalb einen einmaligen Zuschuss bei den Betriebskosten der Krankenhäuser, um sie aus der schlimmsten Krise herauszubekommen. Ansonsten finden wir den Grundsatz richtig, dass das Land gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung für die wirtschaftliche Sicherung zuständig ist. Dann nehmen Sie aber auch bitte das Geld aus reinem Landesgeld und nicht aus dem kommunalen Geld. Vom öffentlichen Gesundheitsdienst wollen wir gar nicht erst reden. Dort besteht ein immenser Investitionsbedarf. Das gilt übrigens auch für das Megathema Kinderbetreuung. Der dringend erforderliche und übrigens gesetzlich geforderte Ausbau der Kita-Plätze bedarf einer immensen Investition. Die Zahlen machen es deutlich. Der Investitionsbedarf, das hatten wir vorhin schon einmal in der Debatte, beläuft sich auf insgesamt ca. 1 Milliarde €. 77 Millionen € kommen jetzt dankenswerterweise vom Bund, der dafür ganz nebenbei nicht zuständig ist. Weitere 27 Millionen € werden durch den Schattenhaushalt zur Verfügung gestellt. Insgesamt belaufen sich die Mittel für die Kita-Investitionen auf 246 Millionen €. Da ist bis zu 1 Milliarde € Investitionsbedarf noch viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Hier braucht es dringend eine Aufstockung der Mittel, zumal Schwarz-Grün die Kommunen bei den Betriebskosten der Kitas völlig im Regen stehen lässt. Deshalb sind hier strukturelle Veränderungen notwendig. Wir wollen als SPD-Fraktion erreichen, dass sich das Land Hessen stärker an den Betriebskosten der Kindertagesstätten beteiligt. Nur so kann das strukturelle Defizit in kommunalen Haushalten ausgeglichen werden, meine Damen und Herren. Denn es kann nicht sein, dass der Gesetzgeber immer mehr Vorgaben macht und Qualitätsstandards anhebt, dafür aber die Kommunen zahlen lässt. Wer bestellt, bezahlt. Was Sie, Herr Bouffier, gegenüber Herrn Brinkhaus vertreten, sollten Sie auch gegenüber den Kommunen vertreten. Alles andere wäre Heuchelei. Auch bei der Schulkindbetreuung gibt es nach wie vor keine Konzeption, wie die Mittel vom Bund umgesetzt werden sollen. In der Vereinbarung zum Kommunalpakt sind zwar 25 Millionen € dafür vorgesehen, im Haushalt sucht man vergeblich danach. Aber woran es vor allem fehlt, ist ein Konzept. Machen Sie sich endlich ehrlich. Sagen Sie, wer etwas zu leisten hat und wer die notwendigen Maßnahmen finanzieren soll. Diese Krise verlangt viel von uns ab. Für Familien gilt das ganz besonders. In der ersten Welle der Schließung von Corona wurden die Belange der Eltern in Hessen lange ignoriert. Nach dem vollständigen Lockdown wurde praktisch alles geöffnet, aber nicht die Kitas und Schulen. Bis die Schulen dann völlig unvorbereitet freitags erfuhren, dass sie montags öffnen sollen. Ich erinnere daran. Das ist exemplarisch für das Handeln der Landesregierung. Erst hü und dann schnell wieder hot. Die Verantwortung nach unten verlagern und Schuld, na klar, das immer nur die Bundesregierung. Das ist vor allem deshalb absurd, weil allein Olaf Scholz mehr Krisenkompetenz im kleinen Finger hat als diese Landesregierung. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Den Lockdown mit monatelangen Schul- und Kitaschließungen haben viele Eltern als die forderndste Zeit im ... Das Wort hat die Kollegin Faeser. Ich bitte, ihr zuzuhören. Danke schön, Herr Präsident. Den Lockdown mit monatelangen Schul- und Kitaschließungen haben viele Eltern als die forderndste Zeit ihres Lebens in Erinnerung. Auch ein relativ normaler Sommer konnte diese Wunden noch nicht heilen. Das kollektive Trauma sitzt noch tief. Aber wie geht es den Eltern dieser Tage? Zwar setzen alle ihre Hoffnung auf das Impfen, aber wie schnell wird es die Familien erreichen? Der Urlaub vieler Eltern ist aufgebraucht ohne einen Tag Entspannung. Der Winter ist lang. Die Weihnachtsferien stehen bevor. Aber es wird für die meisten Eltern sicher alles andere als eine Zeit der Erholung sein. Eltern in der Krise haben einen Studienauftrag gegeben, die sich liest wie ein Bericht aus einer Burnout-Klinik. Ich zitiere. Im Frühjahr bin ich über meine Grenzen gegangen, was mit mehreren psychischen Zusammenbrüchen belohnt wurde, schreibt eine Mutter. Und ein Vater sagt, und dann geht es noch darum, den Tag zu überstehen, ohne sich anzuschreien. Viele andere Studien haben auch die psychischen Belastungen der Kinder und Eltern untersucht und waren überrascht, wie stark insbesondere auch die Kinder belastet sind. Umso wichtiger, meine Damen und Herren, wäre eine Landesregierung, die das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Schwarz-Grün, das hat diese Krise gezeigt, hatte andere Prioritäten. Auch das machen die Zahlen in Ihrem Haushalt deutlich, meine Damen und Herren. Rednerinnen kann man anschreien, Zahlen nicht. Und die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Dieser Haushalt ist ein Dokument schwarz-grüner Versäumnisse. Er ist durch den Schattenhaushalt vom Königsrecht des Parlaments zur schieren Formalie degradiert. Er setzt keine Prioritäten und ist den Aufgaben dieser Zeit in keinster Weise gewachsen, meine Damen und Herren. Dieser Haushalt ist nicht die Antwort einer Landesregierung auf die Krise. Er ist der Ausweis der Krise dieser Landesregierung. Der Haushalt zeigt, dieser Koalition fehlt die Führung und die Kompetenz, um dieses Land in der Krise sicher zu führen. Und ihr fehlt die notwendige Weitsicht, um Hessen auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten. Hessen, meine Damen und Herren, ist ein großartiges Land, und dieses Land verdient eine bessere Landesregierung. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Vielen Dank. Vielen Dank.